das ist ganz klasse jetzt das ist irgendwie ja das habt ihr euch angewöhnt ne mein so dungeon style und dann hier immer schön fanto fucker dabei das was am meisten auf den piss gehen kann das ist mir für kirchen wert dafür kommst du her ich töte dich mit einem eigenen kollegen so ist hier was besser oh sad face okay das war dumm dass sie vielleicht behalten sollen scheiß drauf ernsthaft was ist das denn das ding habe ich ja noch nie gesehen okay okay ich kenne echt nur mauser mehr von mehr von den bossen kenne ich nicht bei dem das ding hier gesehen es ist verdammte hydra boah nein wo wirfst du hin arschloch boah alter nein du sollst doch du vogel zack eintreff so und einer noch ich wollte sagen ich höre das feuer look something weird und geschafft oh das war welt 2 schon geringfügig anspruchsvoller ich krieg mein leben wieder was ich vergeigt habe sehr schön und komm das waren zwei sterne doppelstern doppelbrett was ist denn das für ein level soll das so eine Art dschungel darstellen ich hätte es mal vielleicht gerade lesen sollen ach du kacke der wasserfall oh gott ich krieg augenkrebs ihr müsst wissen ich spiele auf fullscreen in ihr fullscreen damit ich mit fraps aufnehmen kann und alter tut der wasserfall in den augen weh boah hallo Genau. Jetzt bloß den Analogstick nicht drehen. So. Okay, was bist denn du? Kotzgrüne Pflanze, ey. The fuck? Das Ding denkt sich ja auch scheiße auf Gravität. So was brauche ich nicht. Na, hier irgendwas? Nö. Super. Voll verbockt habe ich das. Zack. Den hätte ich mal Henry nennen können. Ich weiß nicht wieso. Blah. So. Henry, Chuck und Paul. Gut. Hier ist doch wenigstens was. Auch nicht. Aber Münzen up my ass. Aua. Okay, wenn mich jetzt so ein Feuerball... Ach. So ein Feuerball kann mich jetzt hier gar nicht treffen. Dafür aber der Schallgeier gleich. Stirb. Ich wusste es. Das Feuer hätte mich auch sowieso getötet. Nee, 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 nee Na 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 na. So, und ab da. Ja, das gibt gut Münzen. Warum ihr euch für so eine kranke Konstellation leben kriegt. Hätte ich nicht verdient, okay. Pff, schon wieder. Sherry, Sherry. Ja, drei Leben. Alter, das Spiel ist ja wirklich saueinfach. Pff, alter, ich kriege kein Leben hinterhergepfeffert. Fabi, was willst denn du? Alter, ha, 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 man. Oh ja, Fabi, ich habe solche Angst vor dem Spiel. Es tut ja schon weh, es zu spielen. Oh mein Gott, habe ich Angst vor dem nächsten Level. Was könnte noch passieren? War ein Level, was mir nur Bonussterne gibt, oder wie? Hi, hi, hi. Okay, das war eigene Doofheit. Jetzt werde ich übermütig. Scheiße. Okay. Okay, gehen wir die Sache wieder ernst an. Zumindest versuche ich es gerade. Bats! Ich versuche die Sache wieder ernst anzugehen, sorry. Kommt gerade nicht anders. Der hier hat mich ein bisschen abgefuckt. So, gut. Alter! Hm. Okay. Was wird das jetzt? Keine Ahnung, ein Labyrinth? Huah! Nein. Oh, hättest du wenigstens was treffen können. Perfekt. So. Das ist schlecht. Okay, nee, hat aber noch funktioniert. Yep, das muss so. Äh! Yes! Vogel! Oh, Leben! Oh, Leben! Geld, 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 Geld. Äh, Geld, 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 ja! Wieso Geld? Das ist kein Geld. Das ist ein Herz gewesen. Das ist Energie. Kleiner Penner da oben. So. Okay. Was war für die Rache eben in der Wüste? Nur damit du es weißt, ne? Ich hoffe, du weißt Bescheid. Ist nichts Persönliches. Hat nur was mit einer Wüste zu tun. Hat was mit einer SMS zu tun. Mal gucken, wer schreibt denn? Ah, okay. SMS lesen während der Aufnahme. Sehr gut. Nee, ich muss gleich mal was erledigen. What the fuck? Was zur... ...verfickten... ...war das? Ich bin da durchgeglitscht. Sacrificing myself. So. Geht leichter. Ich hab nicht so viel Zeit. Bin dann gerade voll durchgeglitscht, ey. Sonic! Dass ich Nintendo das erlauben kann. Oh shit. Na egal. Ja, jetzt ist es auch egal. Ähm... Achso. Soll ich da hoch? Ja, ich soll. Ich soll da hoch, wahrscheinlich. So. Da, da, da. Nein, 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 nein. Charlie, hey. Wow. Schon wieder derselbe Scheiß. Aber ich hab noch genügend Leben. Wie viel hab ich noch? 18. Komm. So. Komm. Wird doch. Das wird doch. Das ist hier nur Charlie. Charlie hat auch nur Gefühle. Ich weiß, er hat auch Gefühle, aber naja. Ich hab ihm gesagt, er soll aufhören, Feuer zu essen. Arschloch. Charlie, du bist ein Arsch. Bam. Sehr schön. Das Ding nehm ich jetzt mit. Es ist. Nom 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 nom. Ich bin eben aus dem Hirn wieder rausgekommen. Na 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 na. Geil. Nochmal zwei Leben. Alles wieder aufgeholt. Komm schon, krieg ich noch einen Bonus. Nee, leider nicht. Ja, ich würd sagen, ich mach hier erstmal Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mach hier... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.